Hallo und herzlich willkommen bei Jagaloo. Neben mir sitzt ja der Weltenreiter, der Weltenbummler, Tyron Ricketts. Wie ist es dir hier im kalten Deutschland mittlerweile wieder? Ich bin ja jetzt schon eine Weile wieder da. Also ich bin vor zwei Jahren im Grunde wieder zurückgekommen und also ich bin leider schon wieder drin in diesem normalen Trott, den man halt in der Stadt hat. Aber der Sommer war schon hart jetzt. Also ich war froh, jetzt die letzte Woche war es ein bisschen wärmer, aber sonst habe ich ganz schön abgekotzt. Warum Weltenreiter natürlich? Einerseits Album, Single Weltenreiter, auch gerade erschienen, das Album kommt Ende August raus und sogar noch ein Buch. Und ja, du warst quasi unterwegs und hast währenddessen Songs geschrieben. Wie lief das ab? Hast du irgendwie dein iMac dabei gehabt oder alles handschriftlich niedergeschrieben? Wie war das? Im Grunde bin ich auf Reisen gegangen, weil ich einfach ein bisschen Auszeit haben wollte. Weil hier, wir haben ja gerade schon über diesen Trott geredet, du bist halt so drin und checkst jeden Tag E-Mails und hustlst und willst immer irgendwas verändern. Und irgendwann hatte ich halt keine Energie mehr und habe mir gedacht, okay, wenn du kreativ sein willst, musst du halt auch mal leben und raus und nicht nur immer versuchen, irgendeinem Plan hinterher zu laufen. Und das war gar nicht geplant, dass ich ein Album mache, sondern ich wollte einfach mal ein halbes Jahr Auszeit machen. Und dann hatte natürlich auf meinem iPod Musik dabei und auch Beats. Weil ich meine, es ist ja schon immer meine Leidenschaft. Und irgendwann in Neuseeland war ich dann an einem Punkt, wo ich ein bisschen innere Ruhe gefunden habe und dann meine eigene Stimme auch wieder gehört habe. Weil wenn man sich immer Gedanken macht, dann hört man ja gar nicht seine Intuition und was in einem vorgeht. Und plötzlich kam tatsächlich von heute auf morgen die Lust wieder in mir auf, Musik zu machen. Und dann bin ich irgendwann morgens aufgewacht, habe mich ins Auto gesetzt und ab dem Zeitpunkt kamen halt wirklich Rhymes. Also ich habe dann so vielleicht Antworten, die ich gefunden habe, auch Fragen, die ich mir schon dann gestellt habe, die kamen dann plötzlich in Rhymform raus und ich habe dann einfach mitgeschrieben. Manchmal angehalten im Auto, wieder was aufgeschrieben, teilweise aufgewacht, nachts im Hostel, hatte den Blog dann neben mir, habe einfach weitergeschrieben. Und dann war mir klar, okay, ich muss jetzt nach zehn, elf, zwölf Jahren wieder ein Album machen. Was waren das für Fragen? Weil ich meine, du hast ja ein wirklich irgendwie doch viel beschäftigtes Leben. Du bist Moderator gewesen, Schauspieler, Sänger, Rapper. Was für Fragen stellt man sich da so? Das ist ja das Außen. Also es ist ein Job, den man macht und man verdient damit sein Geld und das macht einem natürlich auch Spaß. Also ich habe das Glück gehabt, mich früh genug mutig zu sein, das zu machen, wo ich Lust drauf habe. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nur ein Job. Und ich werde jetzt, ich bin 39 geworden, ich werde 40 nächstes Jahr. Du stellst natürlich auch andere Fragen, so was ist denn, was ist mit Liebe, so was ist mit Familie irgendwann. Das ganze Zeug, was ich mache, ist es eigentlich wichtig oder bewege ich damit irgendwas? Also ich würde es gar nicht Mitlife-Crisis nennen. Jetzt, wenn ich darüber rede, ich sehe so in deinen Augen, ich sehe, was da kommt. Aber ich denke, manchmal muss man sich einfach überprüfen, ob so diese Karriereleiter, die man an die Wand gelehnt hat, ob die auch an der richtigen Wand lehnt. Und solche Fragen sind mir durch den Kopf gegangen. Und aus so einer Reise hast du halt mehr Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Weil wenn du hier im Trott drin bist, hast du ja gar nicht die Muße und auch gar nicht die Klarheit, dir Gedanken über solche Sachen zu machen. Und das, ja, das ist auf der Reise oder auf meiner Reise war es halt einfacher. Und das hat sich dann niedergeschlagen in Musik. Welten Reiter, weißt du noch irgendwie, in welchem Moment der Song entstanden ist? Ich hatte die erste Zeile, ich drehte die Reise nur mit Rucksack und Sandalen an, die gab's schon, die Zeile. Und im Grunde habe ich dann die Erfahrung zusammengefasst, aber an den genauen Punkt, wo der Song entstanden ist, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, wo ich den Entschluss gefasst habe, das Album zu machen. Also ich habe auch in dem Buch, wo ich halt über die Reise rede, sind auch Tagebucheinträge drin, die halt tatsächlich authentisch auf der Reise entstanden sind. Und da schreibe ich an einer Stelle, schreibe ich, da war ich in Neuseeland. Es ist schön, sich selbst zu spüren, auch wenn es Schmerz bedeutet. Auf dem Weg auf die Südinsel braucht plötzlich der kreative Damm in meinem Kopf. Und seitdem habe ich einen Haufen Texte geschrieben. Das Album wird Weltenreiter heißen. Also da wusste ich ganz genau, als ich angefangen habe, wusste ich, okay, es wird ein Album. Ich wusste auch ungefähr schon, wie es aussieht, wie das Cover aussehen soll. Und da war plötzlich tatsächlich so ein inspirativer Moment, wo das einfach da war. Also pures, authentisches Tyron-Werk quasi. Ein Buch, was ist in dem Buch? Wahrscheinlich Fotos, Tagebucheinträge auch? Ja, also das ist tatsächlich das purste Ding, was ich je gemacht habe, weil ich auch, als ich die Songs dann gemacht habe, mir keine Gedanken darüber gemacht habe, für wen das jetzt sein soll oder sowas. Du überlegst ja sonst, wenn du jetzt einen Major-Deal hast, dann hast du deine Product-Manager, die sagen, nein, wir brauchen aber eine Single und das ist für die und die Zielgruppe. Das war alles nicht da. Das war eher so, dass ich, Mann, ich wollte eigentlich seit zehn Jahren schon wieder ein Album machen. Aber ich habe mich davor einfach nicht wirklich getraut, weil ich dachte, mein Style ist nicht mehr up-to-date und jetzt alle, die Rap machen, sind jetzt irgendwie harte Gangster oder so. Und da passe ich ja gar nicht rein. Und dann auf der Reise habe ich mir gedacht, im Grunde ist es egal, du musst einfach das machen, was du für richtig hältst. Also drum ist es tatsächlich authentisch. Das Buch ist entstanden, im Grunde im Nachhinein. Ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, aber als ich die Songs dann fertig hatte, ich habe mit den Bee Gees im Studio über auch einen längeren Zeitraum, eineinhalb Jahre, haben wir die aufgenommen. Und als die Songs fertig waren, mochte ich den Song Weltenreiter halt sehr gerne. Und meine ursprüngliche Überlegung war, aus den Bildern, die ich auf der Reise gemacht habe, ein Video zu machen. Dann haben wir da lange rumprobiert, haben ein, zwei Ansätze versucht, aber es wurde nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann hatte ich aber eine Auswahl der besten Bilder eben schon auf meinem Computer zusammengestellt. Dann habe ich mir die so angeguckt und habe mir gedacht, wow, eigentlich könnte man da ja ein schönes Reisetagebuch draus machen. Und dann habe ich dann mit Blurb zusammen, also das ist so eine Online-Plattform, Blurb.de, da habe ich dann zusammen eben dieses Buch entwickelt. Und das kommt jetzt gemeinsam raus mit dem Album. Und ich denke, da kann man ganz schön so die äußere Reise, die ich gemacht habe, mitverfolgen, aber auch die innere Reise, also was passiert ist, welche Gedanken ich mir gemacht habe, was mir wo klar geworden ist. Da habe ich so die schönsten und signifikantesten Erlebnisse, habe ich halt da auch drin festgehalten. Hört sich jedenfalls ziemlich spannend an. Ich bin auch mega neidisch. Ich würde gerne mal so rumreisen und einfach mal relaxen. Aber noch eine andere Frage. Du arbeitest jetzt wieder, oder hast jetzt bei Weltenreiter auch mit Mick Nunevi zusammengearbeitet. Wie würdest du so die Vibe zwischen euch beschreiben? Wie ist so die Beziehung zwischen euch? Ja. Also Mick ist ein guter Freund von mir. Ich kenne Mick schon seit vier Jahren. Also da hat er noch in München gewohnt. Sein Tourmanager, Sebastian, hat früher bei mir bei Pentertainment Praktikum gemacht. Also wir kennen uns wirklich schon lange. Und als ich dann die Layouts hatte von den Songs, war mir klar, dass Mick eigentlich der Einzige ist, der die Hooks singen kann dazu. Das war lange bevor er bei The Voice mitgemacht hat. Und die Vibe, wir sind gute Freunde, wir spielen Schach zusammen, wir albern rum. Jetzt seit er da halt so steil gegangen ist bei The Voice und auch eben mit seinem Album so steil geht, es ist ein bisschen schwieriger geworden, weil wir sehen uns kaum noch. Also ist Mick Xavier unterwegs, dann ist er mal zwei Tage in Berlin, aber ist halt auch müde von dem ganzen Stress. Ich bin gerade im Promotion Stress. Ich war jetzt diese Woche schon in vier verschiedenen Städten. Also, aber klar, wir mögen uns, wenn wir die Möglichkeit haben, was zusammen zu machen, machen wir es. Und alles ist gut. Dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank. Ihr könnt euch draußen natürlich noch das Video anschauen bei uns auf der Homepage Weltenreiter. Natürlich vorhanden. Und ich würde sagen, wir machen dann noch ein kleines A bis Z mit Tyron. Das gibt es natürlich wie immer auch online zu sehen.